Der Chef der Fluggesellschaft EasyJet kritisiert die Pläne der britischen Regierung zur Wiedereinführung von Reisen. Er hat die Verwendung von teuren PCR-Tests in Frage gestellt, die bei Reisen in Länder mit geringem Risiko obligatorisch sein sollen. Neil Woodrow von NTD hat mehr dazu. Der CEO von EasyJet sagte, die Kosten für einen PCR-Test übersteigen die Kosten eines durchschnittlichen EasyJet-Tickets. Er sagt, viele Familien könnten sich dann keine internationalen Reisen mehr leisten. PCR-Tests werden eingesetzt, um Virusvarianten zu identifizieren. Der Premierminister sagte am Dienstag als Reaktion darauf, Ich bin der Meinung, wir sollten die Dinge so einfach wie möglich gestalten. Ich denke, der Chef von EasyJet hat recht, sich auf dieses Thema zu konzentrieren. Wir werden sehen, was wir tun können, um es so flexibel und preiswert wie möglich zu machen. Der CEO von EasyJet schlägt stattdessen den Einsatz von Schnelltests vor. Diese billigeren Alternativen werden ab Freitag in England für alle kostenlos eingeführt. Wir müssen realistisch sein. Wie wir wissen, leiden viele Destinationen, die wir im Moment ansteuern wollen, unter einer neuen Welle von Covid. Es wird nicht, wissen Sie, wir können es nicht sofort tun. Aber das bedeutet nicht, dass wir den 17. Mai aufgegeben haben. Die britische Regierung hat der Öffentlichkeit versprochen, ab 17. Mai Reisen zu Erholungszwecken wieder zu erlauben. Die Regierung sagte am Montag, dass ihre Global Travel Task Force die Pläne dafür weit vor dem 17. Mai festlegen wird und dann mehr Details über das neu risikobasierte Ampelsystem bekannt geben wird. Anders als bei der aktuellen roten Liste gibt es für grüne Länder keine Quarantänepflicht bei der Rückkehr nach Großbritannien. Für die aktuelle rote Liste gibt es eine Quarantänepflicht. Und eine orange Kategorie wird für Länder dazwischen hinzugefügt. Das Risiko basiert auf der Covid-19-Impfsituation, den Infektionsraten und der Häufigkeit der Virusvarianten der Länder. Weitere Kritik kam vom CEO des internationalen Flughafens Heathrow in London. Er sagte, dass die Luftfahrtindustrie einen klareren Zeitplan brauche. Alle, die ins Ausland reisen wollen, hoffen auf gute Nachrichten vor dem 17. Mai. Im Moment rät die Regierung den Menschen, keinen Sommerurlaub im Ausland zu buchen, bis das Bild klarer ist. Neil Woodrow, Antony News.